Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zurück zu... WTF? ...zure Assassin's Creed 4 Black Flag. So... Wir haben ja... Ja. Wir holen jetzt erst noch die Kiste, die hier hinten ist. Oh, das trefft gut. Alter Falter, ich bin viel zu schnell. Also wir sind immer noch dabei hier Sachen zu sammeln um unsere Jackdaw. Aufzurüsten? Of course we can. So, erstmal anhalten. Also irgendwie mit der Nähe ist der Seil, wenn ich... In der Salzlake! Da hab ich nicht mal ein bisschen schwimmen im Sturm. Ah, dreimal Stoff, sehr gut. Und ich hab ja erwähnt, dass ich noch keinen Spiel des Jahres hab, ne? Aber ich tendiere echt zu Assassin's Creed 4, weil... Hammergeil. Sieht gut aus. Macht mega viel Fun. Die Mucke ist geil. Und ich hab noch nicht mehr den Multiplayer getestet. Ob der, wenn der auch noch geil ist, ist das echt das beste Spiel... Aus komplett 2013. Meiner Meinung nach. Falls wir das andere anders sehen, ist eure Meinung. Okay? Meine Meinung. Bevor das jetzt wieder ausartet. Tut's ja öfter. Hm. Ja. Ähm... Ich würde sagen... Wir sind zwar jetzt gerade... Hier so schön am fahren. Aber wir können unterwegs ja schon mal dahin fahren. Und dann können wir... Warte mal, wenn ich irgendwo Marine-Konvoi hier unten noch... Geldgewinnmittel. Das ist ein Vormittel. Na, holen wir uns das mal, oder? Naja, markieren. Junge. Oh, Uff. Hatten wir nicht noch ne... Wir hatten doch noch... Äh, 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 hier... Ähm... Äh, diese feindlichen, äh, friedlichen Gewässern den Landen... ...und aus gutem Willen zwar zu Feindern... ...und in den Wirtschaften verringen sollen... ...der Feindlergrafkompanien... ...die Gewässern bei der Ordnungspiel... ...spanischen Kanonenboote versenken. Ist die Frage... ...was sind die spanischen Kanonenboote? Ich hab schon eins besiegt, ohne es zu wissen, aber Hey Ich hab keine Ahnung Ist er auch egal Dann gehen wir jetzt erstmal zum Vor Erstmal Vollgas geben Ich werde schon von vorne sehen Hat ein Stil, ganz ehrlich Dann holen wir uns die Brick und dann gehen wir Dann Geht das schon wieder los, Alter Ich will nicht husten, Junge Ich muss zocken und nicht husten Die Kiste holen wir uns auch noch Anhalten, wir müssen schießen Boah, mega unterbeschuss, Alter Oh, wir haben keine mehr Oh Was ist da los, da? Ja, sie Gegnerische Crew töten Kein Ding, machen wir doch öfter Sorry Ich wollte dich ja nicht runterhauen Wo gehst denn du hin? Das guck ich mir jetzt an Ich helfe dir mal ein bisschen, Kollege Du bist der, den ich untergekommen habe, also rette ich dein Leben Ja, Mann Dich bringen wir eben rum, Alter Verdammt Ich muss die mal wieder looten Ich habe mich Langsam Ah, was denn ich Was, wir brauchen so viel gerade Eigentlich brauchen wir alles, was es gerade geht Ah, Metall rum Schwere Kugeln Crewmitglieder Schön Wir haben noch schwere Kugeln Wir benutzen immer noch diese normalen Kugeln Ich will mal schwere Kugeln benutzen Nehmen wir die automatisch? Da habe ich nicht drauf geachtet, oder? Ja, muss ich die wechseln Guck ich jetzt mal Die Mörser werde ich nicht benutzen Das geht nicht Ach Quatsch, wo wir gestern? Abgeschüttelt? Das habe ich noch nicht Die sind nur eine Pro-Munitionsverschwendung Ja, geht doch Ja, geht doch Feil gemacht Edward Kenway Du kannst ja doch was Du räulige Landratte, du Was ist das da? Kann ich das töten? Nein Dann nicht Ich glaube, ich würde jetzt erstmal die nächsten Tage Es ist ein Screech spielen Mein Gott, ja Ich bin auf der falschen Seite Sorry Die Partner mit der Bäm Real Boah, nice So, dann schwimmen wir mal zur Leiter Gehen da wieder hopsig drauf Hallo! Ich bin wieder da! Jetzt kommt wieder Jubel. Yeah! Und nur weil ich es gesagt habe, nein. Ach, ich hasse euch alle. Wir haben uns doch hier, das Treibboot ist ja auch immer was Schönes dabei, also... Ah, Fischbetal, siehste. Holz. Brauchen wir. Haben wir immer noch nicht. Wir müssen uns echt mal wieder Kuchen besorgen. Feuer! Feuer! Bereits vor Teuren, Käpt'n! Feuer! Meines Kalibers ja, aber die drei Freunde sind gefährlich und getroffen, Sir! Feuer! Rund auf den Grund! Äh... Ups. Rund auf den Grund! Sind wir bereit, Sir! Herkunft zum Anstoß! Feuer! Boah, Junge! Alter, das hat doch nicht so Ramm, ey. Geht's ja mal gar nicht. Feuer! Oh. Den hab ich verschissen! Die holen wir uns! Und entern, Leute! In die Hölle ziehen, diese Brick! Die holen wir uns! Und entern, Leute! Wieso will ich als Erster da sein? Ich bin als Erster da! Chill, Leute! Boah, ich muss unbedingt an Fluch der Karibik. Immer wenn ich das Spiel gucke, denke ich immer an Fluch der Karibik. Das ist der Wahnsinn. Ne, diesmal nicht hier. Boah! Ja, Mann! Erstmal hier. Boah, wie angewunden da stehen bleibt. Ich muss hier mal hier ein bisschen was unternehmen. Aua. Ja, Kapitän gehört mir. Wenn das klar ist. Oh, 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 oh. Au! So, das ist schon mal vorbei. Ich muss hier ein bisschen was machen. Scheiß auf den Kapitän. Den Kapitän braucht keiner. Ich wäre in der Kapitän jetzt selber eine Feige. Ich muss hier... Ahem, ahem. Jejeje. Ha, das war doch jetzt eine schöne... Ernste, sag ich jetzt mal. Schwere Kugel, ich muss mal nachgucken. Wie benutze ich schwere Kugeln? Nur auf kurze Distanz, sohne ich. Ich hab echt schon wieder nicht drauf geachtet. Ich muss ja, wenn ich am Schiffen da ganz nah dran bin, muss ich mal von der Mission gucken. Ich hab halt meinen Stift runtergeworfen und ich rede mir da viel zu schnell. Ihr versteht bestimmt mich. Ich verstehe bestimmt kein Wort. Der Trommelzucker. Oh. Mein Lieblingsschluss. So viel Segel wie ihr könnt, gefft die Trab- und Dramsegel. Dramsegel eingeholen. Sieh, sieh. Feuer! Yeah! Erle in the Drunken Sailor. Äh, was? Erle in the Drunken Sailor? Äh, nein, ich kann es. Bwam! Dreht die Seite zu! Hebt den Befehl, Sir! Wir müssen sie anschießen. Feuer! Ja, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Warten auf dein Zeichen, Captain! Ja, Mann! Vertreffer hier und sie bricht! Feuer! Feuer! Ja! Oh, oh! Achtung! Ich kann auch noch im Deck, im Deck und gehen. Aua. Feuer! Nein, die treffen wir noch. Feuer! Sie müssen sie engern, Captain! Uiuiui! Wir werden uns versenken, can we? Blark eingestellt, Captain! Feuer! Bwam! Feuer! Da ist sie am schlechtem Captain! Feuer! Feuer! Das ist mein Rützer! Feuer! Fein, wenn sie präsentieren, sie sind, sie sind, sie sind, sie sind, sie sind, sie dafür bezahlen! Jetzt können wir zwei entern, haben wir. Dann holen wir uns zuerst die da. Ja, okay, das Teil hat zwar ziemlich weh für Unterschriften. Da legen wir uns schon mal ein bisschen vor. Was? Wir sind alle torte Männer! Oh, verdammt. Im Nachlandantympfen war da rüber. So. Ach, komm! Nicht abwehren hier. Diesmal habe ich den Kapitän. Ich kann ihn nicht luken. Scheiße. Bam! Bam! Easy! Easy! Na, Leute. Ich würde euch gern ein bisschen was abnehmen. Nur ein bisschen leichter machen. Nichts Schlimmes. Mörsergeschosse, Crewmitglieder, schwere Kugeln, Zucker und Rom. Ach, das ist das andere Schiff jetzt gewesen. Okay. Ach ja, schöne Ding. So, das andere ist hinter uns. Sehr schön. Gib mir etwas Fahrt! Ich geh nicht so ganz nah ran, dass es nicht so lange dauert. Das, 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 das! Ich muss mir echt angewöhnen, langsamer zu reden. Aber während ich den Einsatz rede, habe ich schon den Nächsten im Kopf. Und dann, müsst ihr euch das so vorstellen, ich denke schnell, als ich rede. Und dann verhaspel ich mich. Ach komm. Spass. Aua! Hast du mir einen Roundhouse-Click gegeben, oder was, du Junge? Jetzt immer gar nicht. LOL! Aua! Verkackter Mongo! So, hier erst ein bisschen aufräumen. Was, was bist du denn für einer? Aua! 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 Aua, Aua! Ach, halt die Fresskrennung! Toll, jetzt würde ich den zuletzt töten, wäre eh draufgegangen, aber scheiß drauf. Krackt, verkackter Mongo! Ha, ja, komm. Gib's mir. 40 Holz, 25 Stoff. Yeeeey! Ach, das ist nicht schwierig, ich habe die schweren Kanonen gesehen. Niveau gestiegen. Niveau, level 1. Achtung, wir stoßen zusammen! Wo stoßen wir denn zusammen, Jumbo? Alles gut? No! So. Diese Kanonen stehen hier, ne? Die sind ja ein bisschen fetter als die. Wie feuer ich den ab? Käpt'n, steuern selbst! Ich muss das nochmal eben nachgucken, ich habe mich da jetzt nicht ganz aufgepasst. Optionen im Allgemeinen, ähm, nein, das war falsch. Steuerung. Ähm, Schiffsteuerung. Was, gesagt, beenden? Was? Ich darf sogar auswählen? Drei und vier? Waaaaaah! Ist ja geil! Ist nicht erst jetzt, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Da-dum, 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 da-dum! Kamera zentrieren, aha. Drei, Brassen, Drei, Brassen. Ja, und wie, ähm, und so, ähm, mache ich jetzt hier, ähm... Vibration. Geht ja nicht. Ich habe kein Turn-To-Oder. Ähm, Kraft, ich war hoch hier nachher. Ja, naja, naja, ja, 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 interessiert jetzt keinen. Mich würde ich gerade ganz kurz interessieren, wie mache ich das? Datenbank wahrscheinlich, muss ich es nachgucken. Datenbank, eben Mineral, ähm, Steuerung an Land, Allgemeine Steuerung, nein, 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 nein. Ähm, ja. Wo steht es denn? Ah, ist ja fast gar nichts. Hm. Ah, scheiß drauf. Ich habe jetzt ganz kurz das Ziel. Äh, wie mache ich das? Oder werden die automatisch mit abgefeuert? So eine Kugel. Weil da steht ja auch so ein Pirat da dran. Seht ihr das nicht? Das ist ja... Ich will sie nicht sagen, Herr Kölz. Ah, die gehe ich mir nicht mehr mörsern. Egal, gucken, was ist das? Ah, das ist ein Kanonenboot. Das holen wir uns und dann haben wir den Auftrag beendet. Ich seh nix. Nebelig. Ein bisschen. Ich wollte die gar nicht töten, aber ja, naja. Irgendwie habe ich damit jetzt nicht ganz gerechnet. Alter Falter. Was? Was, 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 was? Moment, 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 Moment. Wo ist jetzt das Kanonenboot? Da. Aufgeiß. 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 Nein, es ist ein Prick. Ah. Raus da, raus da, raus da, raus da. Uiuiuiuiui. Seid ihr Wahnsinnig? Das kann hart ins Auge gehen. Kräft mich. Ich sag, der kräft dich. Feuer. Leck mich, das kann ich auch. Weitere feitliche Segel. Mist. Der Minklär. Verreißen, Weitere. Feuer! Reicht zu feiern, Captain! Feuer! Die Kriegen verleidmacht für Aufschlagen! Okay, Deckung! Uaah! Einer zum End zum Reiz! Uiuiuiuiui! Segel, Reft, Draht und der Böe! Lasst uns die Türme ausschalten! Ausweich, meine Hörer! Aaaaah! Alle Segel sitzen und starten fest! Aufteilen! Wir holen zuerst das Schiff und dann gehen wir da... ...weiter fighten! Aja, jetzt wird ja mal ein bisschen Action hier! MAAAAN! MAAAAN! Voila! Geht das nicht? Ooooooh! Was? Okay! Okay! Im Ernst jetzt? Ach komm! Leck mich! Oh fucker! Tschüss! So! Nein! Ich will die Waffe nicht haben! So! Ich brauche keinen Schwein! So! Jaaaaaaah! Einen Schuss habe ich nur oder zwei! Ein oder zwei Bücher meiner Pistole drin! Mehr nicht! Das war's! Fünfzig Blumen! Fünfzig Zug! Ja! Vier schwere Kugeln! Zwei Mörser! Drei Crewmitglieder! Dann hat sich das immerhin einigermaßen gelohnt! Ach, das stand da! Ja! Ich möchte auch wieder ein bisschen bekannter werden! Also... Scheiß drauf! Ja! Jetzt ist es hier für eine Funde vor der Eierkuchen! Jetzt geht es direkt weiter! Wir müssen nämlich jetzt noch das Vorerobern! Also... Volle Breitseite darauf! Was denn da? Ein Schoner! Aber der tollste Dings! Ihre Freunde kommen! Captain! Vorsicht! Au! 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 Oh! Oh! Schmerzen! Ja! Erst durch die Gerüche! Wir müssen ausweist! Kraftsegel! Raff! Boah! Wir müssen ausweist! Kraftsegel einholen! Tief! Raff! Ja! Woh! Haut auf Kacke, Alter! Captain! Weck! Den Tyran aus dem Wind! So, jetzt deck mich! Nicht vödel! An die Leinen und Pult! Feuer! Da ist die Schlagstelle! Da ist die Schlagstelle! Oh fuck das! Feuer! Auf dein Zeichen! Feuer! Wir sind aus dem Sir! Spacken, ey! Bereit zu feiern, Sir! Wir versuchen die Eiskalt hier mein Schiff mit! Hörstern! Um die Luft zu jagen! Au! Vergesst mir etwas warm! Au! Na egal! Kein Ding! Das überlebt das Schiff schon! Auf die Tür! Der Treffer könnte es wieder! Feuer! Der Hafenbefehle klacken! Oh oh! Segelneft! Draht aus der Böe! Feuer! Der Treffer könnte es wieder! Feuer! Der Treffer könnte es wieder! Ah! Kein Ding! Ein paar Schläge eingesteckt aber! Geht euch unter! Nichts pro Problem! Was? Wie? Wer geht unter? Wer wo? Ah! Du befürstest dich erstmal! Erstmal besaufen hier! Echt? Wortschubsen? Nein! Andocken, Männer! Doch das ist ver... Oh sorry! Ich wollte nicht in den Rücken springen! Ach! Ihr braucht mir zu lang! Ihr bewegt euch überhaupt nicht! Ihr faulen Säuer! Bewegt euch überhaupt nicht! Also lasst mich! Dann geh ich jetzt alleine da rein! Erstmal Schwerter ziehen! Ich hab ein bisschen gebrannt! Ich scheiß drauf! Die Verbündeten sind auch schon da! Ja! Wir gehen den gleichen durch nochmal rein! Nein! Sag nicht, dass das Stärken ist! Wie kommst du drauf? Sorry! Wollte ich dich schlagen! 208! Mach mal einen Abgang hier! So! So! Was ist los, hm? Ich will euch looten! Ah, geht doch! Ich brauch mich ein bisschen Munition, Leute! Hallo! Hallo! Ach so! Da lebt noch 10! Ich bin gestohlen! Ach, öde mich an! Da lebt noch 10! Oh! Woher ist das zu los? Oh! 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 Wo ist denn der Offizier? Wo ist er jetzt? Ich finde ihn gerade nicht. Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Aber irgendwie sind das nur NPCs. Schon mal zum Fairplay gehört, die kleinen Bastarde? Mein Gott. Unfären Schweine. Ich bin gerade in der Wand fest. Ja. Ja, sehr gut. Ich bin gerade in der Wand fest. Kann nichts machen. Das war jetzt scheiße. Ich war irgendwie in der Wand eingebloggt. Gebugt. Was auch immer. Und konnte nichts mehr machen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht blocken. Ich konnte nicht schlagen. Nichts. Brauche ich nicht. Jetzt wäre die Folge eigentlich fast zu Ende gewesen. Aber nein. Jetzt muss ich wieder ein bisschen überziehen. Bedankt euch dabei. Ja, wobei. Euch ist sowieso scheißegal. Aber die Kisten. Die habe ich noch. Sehr gut. Ich bin gerade in der Wand fest. Oh! Hey, guck mal, wir haben wieder von der Munition. Lol. Ich kenne gerade nicht ganz klar drauf. Mal gucken, mal ganz unten. Ich bin gekommen, um euch zu töten und euch jetzt vorzuklauen. Ja, wo ist er denn jetzt? Na, endlich mal wieder ein neuer Move, ey. Move, ey. Also hier ist er nicht. Vielleicht hier. Ja, erstmal einfach mal töten hier. Irgendwie finden wir den schon. Der kämpft gut. Ich glaube, was ist der? Nein. Hier ist er auch nicht. Der geht doch hoch da, du Stück, du. Ja, aber was ist der denn dann? Einmal mal eben was Spaß. Nein. mal ganz im ernst, wo ist der? wir rennen jetzt hier bis durch die gegenden morschneid gerade weg keine zeit zum abhängen, wir müssen umbringen ich hab ne idee, ich klicke jetzt einfach ganz hoch hey, was soll das? ist hier vielleicht einer? da ist ja dann der Schatzmeister, aber zumindest war es beim letzten Mal so, oder nicht? das ist mal ganz im ernst, ach lol, hier oben sind auch noch Soldaten sich nirgendwo gesichert, ach lol ups hallo ich bin gefunden ja, da gibt mir eine kleine Ammunition hier, und danke hat sich mal wenigstens auch, wie viel wir haben können mal geil hallo ergeben sie sich ich verprügel dich, gib's her so Piratenflagge dun 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 unser sieg victory haha tada neues Stück der Kater und wie wir sehen die ganzen Sachen ach, vielleicht kann ich jetzt auch das da machen äh 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 oder nicht ne oder mhm 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 vielleicht vielleicht auch nicht weiter mhm wenn ja, dann fangen wir jetzt nochmal da hin und danach gehen wir da hin aber erstmal bin ich hier zum Marineconvoy das interessiert mich auch noch jetzt hier, hier gibt's doch bestimmt noch was ein Marineauftrag hammer seid gegrüßt, Freibeuter mich erreichte die Nachricht, dass eine höchst illegale Fracht gerade in den Ozean überquert findet diese Fracht und ich sorge dafür, dass sie auf sichere Art beseitigt wird unterzeichnet ja unterzeichnet unterzeichnet von jemandem, ich kann nicht scrollen ähm ja, nimm mal anwahr da möchte ich sagen was war's für diese Folge, haut rein bis zum nächsten Mal tschududu Bis zum nächsten Mal.